Zusammen mit meiner Kollegin frau, ich schiefe der Lopes, wenn ich nur das Kabinsteam voran versichere mit der Gesamtkohle für ihre Sicherheit und den Koffer an Bord zuständig. Noch einmal möchten wir Sie darüber informieren, dass dieser Flugabreiner nicht noch erfüllt ist. Die Besitzer einer Antroponuskarte bekommen auch für diese Flug wieder wertvolle Bodenfeile hochgeschrieben. Diese können für Freienflüge oder Statusverteile gesucht werden. Und nähere Informationen finden Sie gerne auf der AirBerlin Homepage. Meine Damen und Herren, Ebelin, es ist Ihr ETH Airways Partner. Mein Name ist ETH Airways und SRVR. Mein Name ist Anette Dacke und mit meiner Freundin, Frau Lopes, wir leiden die Koffer Team. And together with the whole crew, we are here for you, thank you and Koffer, on board. Once more, I would like to point out that this flight is a non-smoking flight. Koffer-Lis-Cartellers will be credited with valuable minds for this flight. These can be used by these flights and battles benefits, and further information can be found on our AirBerlin Homepage. Eine der modernen Vorbereitungen zum Start. Darf ich Sie freuen sich, Sie bitten sich davon zu überzeugen, dass die Sicherheitsgurte gut und fest geschlossen wird. Bitte schenken Sie uns einen Moment Ihrer Aufmerksamkeit bei unserer Sicherheitsunterweisung. Bitte bedenken Sie, dass während der Sicherheitsunterweisung die Benutzung der eigenen Elektrogeräte gestattet ist. Was ist das, was Sie denn nahrt sein? Sie haben uns einen Aufmerksamkeit bei der Erwärmung vor. Was ist das, was Sie sagen? Warum in der Kontrolle, Sie haben auch noch die Wunderung. Und was Sie bei der Entfernung nicht, die Sie haben dann noch übrig, um die Entfernung zu werden. Meine Damen und Herren, zur ersten Zeit wir nehmen, wie sie ihren Sicherheitsgurt schließen, festziehen und so wieder öffnen. Wir empfehlen, die Sicherheitsgurte lose geschlossen zu halten, wann immer die Sitz. Dieses Flugzeug hat acht Notausgänge, alle Ausgänge sind deutlich mit dem Wort Ausgang und Exit gekennzeichnet und läuft Streifen am Boden durch den Notverlauf und Weisen zu diesen Ausgängen. So sehr kommt es gut für 80 Emergency Exits. All Exits erklärt die Marken mit der Wort Ausgang und Exit und Illuminated Stripes, aber leider automatisch entgegen, hier ist Exit. Ausgang und Exit Ausgang und Exit Eine Sicherheitsgurte wie diese finden Sie in der Sitztasche. Vorsicht, bitte haben Sie einen Blick darauf, bevor wir starten. You will find a safety card like this in a seat pocket in front of you. Please have a closer look before takeoff. Eine Schwimmweste wie diese finden Sie in einem Behälter unter Ihrem Sitz. Diese nehmen Sie nur auf Anweisung der Besatzung. Im Bedarungsfall streiten Sie die Weste über den Kopf. Führen Sie das Band hinter dem Rücken nach vorn, schließen Sie es in der Mitte und ziehen Sie das Band fest zu. Um die Weste zu aktivieren, ziehen Sie den runden Plättchen kräftig nach unten. Dies bitte erst nach Belassen des Flugzeuges. Zum Inzupfen bzw. zum Ablassen versuchen Sie die seitlich angebrachten Ventile und die Weste ist mit einer Signallampe ausgestattet, die automatisch auch leuchtet bei Wasserkontakt. Hier will find a live Weste like this in the container. They will seat only taken out of the structure by the cabin crew. And case off for the West overhead, bring about the body and back to the front, close it in the center, pull the tights to inflate the West, pull the rest and sound sharply, never inflate the West inside the aircraft. There are two additional tubes which can be inflate or deflate the West and the West is equipped with an emergency light which will light up automatically when in contact with water. Bitte bringen Sie zum Start Ihre Rückenlehne und zwischen eine aufbrechende Position, klappen Sie die Armlehne in der Rutsche und öffnen Sie die Fensterpläne. Die Benutzung der eigenen elektronischen Geräte wäre des Aufenthaltes an Bordes gestattet. Große Geräte wie Laptops sollten für Start- und Belandung sicher verstaut werden. Im Namen der gesamten Besatzung bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen und uns einen angenehmen Willen. Ladies and Gentlemen, and to all, present your seatbelts and table siren in a blind position now. Pull down the outlets and open the window shades. The use of your own electronic devices is allowed during the entire sailboat, and your electronic devices must be stoned securely for take-off and landing. On behalf of the crew, thank you for your attention and we receive an enjoyable flight trip. Thank you for your attention. Thank you for your attention. I'll be right back by the way to the floor down. I will be right back by the way to the floor down. Thank you. Thank you. Thank you. Das ist so, ich möchte fragen, wie auch ist das da? Das ist so, ich möchte sagen, wie auch das da? Das ist so, ich möchte sagen, wie auch das da? Das ist so, ich möchte sagen, wie auch das da? Das ist so, ich möchte sagen, wie auch das da? Das ist so, ich möchte sagen, wie auch das da? Ich möchte sagen, wie auch das da? Das ist so, ich möchte sagen, wie auch das da? 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 Sollte Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.